Bei uns geht es jetzt hier gleich ums Thema Borderlands und ums Thema Cosplay. Wir haben nämlich einen kleinen Cosplay-Event veranstaltet, eine Meisterschaft, einen Wettbewerb. Dazu kommen wir gleich. Wir wollten uns aber in diesem Zusammenhang nicht die Chance nehmen lassen, uns den David und den Max mal zu schnappen. Ich darf euch beide mal bitte kurz nach vorne zu mir bitten. Vielleicht mal einen großen Applaus direkt für diese beiden jungen Männer. Denn der David und der Max hier zu meiner Rechten sind schon seit gestern auf der Gamescom unterwegs und zwar in Begleitung von Claptrap. Und das ist ein richtiger Eyecatcher. Das ist der absolute Wahnsinn. Zunächst mal die Frage, David, das Ding habt ihr selber gebaut. Du hast es bemalt, gebastelt, hat es aber der junge Mann neben mir. Ja, hat ungefähr ein Jahr gebraucht, das Ding aufzubauen. Ist RC-Technik drin, viel Holz, viel Metall. War eine gute Abatzenarbeit. Wie viel Technik steckt denn jetzt in diesem Ding drin? Hm, viel. Also weniger als ein Computer, aber mehr als jetzt, wie kann man es vergleichen, eine Kamera. Okay, nachdem das Ding dann fertig war, hast du es angepinselt, David. Wie lange sitzt man an sowas? Was benutzt man da für Farben, für Materialien? Boah, okay, das ist jetzt eigentlich echt eine gute Frage. Also beim Anmalen, ich sag mal so, grundiert wurde er eigentlich schon relativ früh mit hauptsächlich mehr Kunstharzfarbe, Dispersionsfarbe und ähnlichem. Mit den Farben Schwarz, Gelb und Weiß. Also die waren im Prinzip die Basisfarben. Alles weitere ist dann eigentlich entstanden mit jeder Menge Handarbeit. Hauptsächlich mehr dann wieder Acrylfarben, Abtönenfarbe und ähnliches. Das ganze Finish hat ungefähr, ich sag mal, 30 Stunden gedauert am Stück. Das ist jede Menge Arbeit. Die investiert man natürlich in seiner Freizeit. Was machst du denn im normalen Leben? Ja, also ich hab jetzt bis vor kurzem noch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, in einem Jugendzentrum. Mit dem bin ich jetzt kurz vor der Gamescom fertig geworden. Ansonsten fang ich jetzt bald an zu studieren. Und ja, das wird dann jetzt erstmal die nächste Zeit so bleiben. Wie sieht es da bei dir aus, wenn du nicht gerade an irgendwelchen Claptraps rumschraubst? Was machst du sonst? Ich bin hobbymäßig Modellbauer und studiere an der Hochschule Darmstadt Industriedesign. Das heißt, ich hab schon vorher ein bisschen Ahnung von Technik gehabt. Reparier auch mein Auto selber, das heißt, ich hab ein bisschen Ahnung davon. Alles klar. Claptrap kann aber nicht nur dastehen und schön aussehen. Der kann auch, wenn unsere Zuschauer ihm winken, zurückwinken, glaube ich. Also vielleicht könnt ihr dem Claptrap alle mal kurz winken. Ja, jetzt schauen wir. Ah, Spitzenklasse. Und ich hab mir vorhin auch sagen lassen, ich glaub, der kann sogar reden, oder? Ist das richtig? Ja, er kann reden. Leider nicht heute, aber wir könnten ihn mal random anmachen, einfach die Boxen anmachen, damit man hört, dass er überhaupt was sagt. Okay, soll ich mal mein Mikro irgendwo hinhalten einfach? Du sagst mir am besten, wo? Hammer. Also wirklich ganz, ganz toll. Weil ein riesen Applaus bitte nochmal für unsere Claptrap-Konstrukteure. Spitze, ihr haltet euch dann bestimmt noch ein bisschen hier bei uns in Bühnennähe auf. Vorsicht hinter dir, da könnt ihr alle dann noch Fotos machen mit Claptrap. Euch beide würde ich jetzt bitten, euch da hinten einigermaßen friedlich zu verhalten, denn wir kommen zum eigentlichen Teil dieses Lots, nämlich zur Preisverleihung. Und zu diesem Zweck würde ich jetzt gerne unsere drei Gewinnerinnen auf die Bühne bitten, einen ganz großen Applaus bitte für die Bella, die Roxy und die Sarah. Oh, da geht aber noch ein bisschen mehr an Applaus, oder? So muss das sein. Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr seht ganz, ganz bezaubernd aus. Das kann man schon mal vorweg sagen. Und vorweg möchte ich auch noch ganz kurz erzählen, wie es eigentlich dazu kam. Also es lohnt sich immer bei GameStar, bei High5, bei Nino Taco und so weiter vorbeizuschauen, denn neben unseren Artikeln gibt es natürlich auch Videos und auch immer wieder coole Aktionen, Verlosungen oder eben Wettbewerbe wie dieser hier. Und alle Community-Mitglieder hatten die Möglichkeit, bei dieser Cosplay-Veranstaltung mitzumachen. Es galt, Cosplay-Fotos von sich einzuschicken und dann richtig coole Preise hier bei uns auf der Gamescom in Halle 10.1 abzuräumen. Und das sind unsere drei Gewinnerinnen. Ich würde sagen, es gibt keinen dritten Platz. Es gibt einen ersten Platz und zwei zweite Plätze. Das lösen wir jetzt direkt mal auf. Der Spannungshalber, nehmen wir das mal ein bisschen raus. Unsere erstplatzierte, das ist die Maya, die steht hier neben mir. Bitte mal einen riesengroßen Applaus. Aber auch die beiden anderen Mädels haben sich für Platz 2 und Platz 2.1. Auch nochmal einen riesen Applaus verdient, finde ich. Also Cosplay ist nicht nur im Bereich Anime angesiedelt, sondern auch in den westlichen Genres, also wie beispielsweise eben bei Borderlands. Maya, jetzt würde mich zunächst mal interessieren, wie kamst du denn überhaupt zu diesem ganzen Hobby-Cosplay? Wann hast du damit angefangen? Überwiegend durch Videospiele tatsächlich. Also ich habe früher mal WoW gespielt und dann habe ich halt auch Kostüme dazu gefunden. Und ja, dann kam eins zum anderen. Ich habe erst mal mit einem Nicht-Game-Cosplay angefangen und dann ist immer mehr Videogames in den Vordergrund gekommen. Und ja, dann habe ich immer weiter gemacht und jetzt ist es aktuell Borderlands. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast mit einem Nicht-Videospiel-Cosplay angefangen. Was war denn dein allererstes Cosplay? Das war aus Forgotten Realm, Dunkel 11 von Joe. Okay, da steckt jetzt natürlich jede Menge Arbeit drin. Vorsicht, die Damen. Wie lange braucht man denn jetzt für sowas? Also ich würde behaupten, als ambitionierter Laie im Thema Cosplay würde ich sagen, das ist schon relativ aufwendig, aber ist jetzt noch überschaubar, oder? Das, was du jetzt trägst. Also es ist mein aufwendigstes bisher, aber ich habe so circa vier Monate mit Pausen gebraucht und das war wirklich mein aufwendigstes mit diesen ganzen kleinen Teilen und so. Und vorher war eher alles schlicht gehalten und jetzt habe ich halt auch LEDs verwendet und Warbler, dieses tolle Cosplay-Material und Bauschaum, auch ganz toll. Und ja, war auf jeden Fall aufwendiger als alles, was ich bisher gemacht habe. Okay, dann gehe ich mal hier eins weiter. Ich drängel mich mal hier dazwischen. Wie war das bei dir? Warum ausgerechnet Borderlands? Fasziniert dich da das Charakter-Design oder irgendwie die Artworks? Warum hast du dich ausgerechnet für dieses Spiel entschieden? Also vor zwei Jahren auf der Gamescom war das ja hier vorgestellt, also Borderlands 2. Und nachdem ich das halt dann gespielt habe, fand ich das Charakter-Design erstmal total gut. Dann das ganze Spiel mit der Cell-Shade-Aufmachung und die Story hat mich halt total geflasht. Also habe ich mir gedacht, mach mal ein Game-Cosplay, weil davor habe ich nur Anime und Mangas gecosplayed. Und ja, dann habe ich mich für Mad Moxie halt auch entschieden, weil ich sie vom Charakter-Design am coolsten fand. Da hast du mir als Anime-Fan jetzt natürlich eine Steilvorlage geliefert, da muss ich kurz nachhaken. Anime, Manga-Cosplay, was hast du da im Schrank hängen? Wie bitte? An Anime und Manga-Cosplays, was hast du da so bei dir im Schrank hängen? Ähm, äh, ganz, ganz viel. Also am meisten aus Naruto. Haben wir Naruto-Fans hier? Ja, sind einige da. Okay, was noch? Ähm, Fairy-Tale, ähm... Wen machst du da? Die Lucy oder wen machst du bei Fairy-Tale? Nein, da habe ich Juvia gemacht. Okay, also sehr interessant. Anime, Manga und Games. Deine Cosplay-Kollegin hat es jetzt gerade schon gesagt. Also sie verkleidet sich nicht nur, sie spielt auch selber. Wie ist das bei dir? Nur verkleiden oder auch zocken? Äh, ich glaube, würde ich das nicht zocken, dann würde ich das auch nicht cosplayen, weil, äh, ich würde nicht so viel Zeit und Geld darin investieren, wenn ich das nicht mögen würde. Okay, das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit Cosplay der wichtigste Punkt, nämlich das Zeitthema. Also der Gag am Cosplay ist ja, dass man nicht in irgendeinen Laden rennt und sich das Zeug kauft, sondern man macht das alles selber. Sonst ist es ja kein richtiges Cosplay. Wie viel Zeit investierst denn du in diese Kostüme? Zu viel. Also immer nach der Arbeit muss ich dann immer noch bis nachts nähen, damit es fertig wird. Aber es lohnt sich. Es hat sich in diesem Zusammenhang auf alle Fälle gelohnt, denn ihr seid unsere drei Gewinnerinnen und deswegen habt ihr ja von uns die Eintrittskarten für die Gamescom bekommen, VIP-Pässe bekommen. Äh, das Spiel bekommt ihr natürlich auch. Sobald's draußen ist, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und ich habe ja auch noch T-Shirts für euch. Da möchte ich euch direkt mal jeweils eins übergeben. Moment. Einmal, bitteschön. Zweimal. So, und für die Maya, die hier den ersten Preis abgeräumt hat. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Na, 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 na. Die bekommen von uns ein schickes neues Notebook. Also ihr seht, es macht sich auf jeden Fall bezahlt, wenn man bei solchen Sachen mitmacht. Der nächste Cosplay-Event bei GameStar, GamePro, High Five, Nino Tarko kommt garantiert. Sind wir schon gespannt auf die nächsten Einsendungen. Das überreiche ich dir. Und jetzt würde ich sagen, alle unsere drei Kandidatinnen, unsere drei Preisträgerinnen verdienen nochmal einen riesigen Applaus. Und unsere Claptrap-Ingenieure sollen natürlich auch nicht leer ausgehen. Ihr kriegt auch noch ein T-Shirt von mir. Bitteschön. Einmal, zweimal. Der junge Mann, der da oben ohne die ganze Zeit rumrennt, der kriegt jetzt auch mal ein Shirt, damit er sich noch eine Erkältung holt. Bitteschön. Ja, so. Und jetzt habe ich hier auch noch welche in der Tüte, glaube ich. Haben wir denn Borderlands-Fans hier? Zwei Stück habe ich noch. Wer ist der größte Borderlands-Fan von euch? Wisst ihr, was, das dürft ihr mal machen. Einmal reinfeuern, bitte. So, und hier nochmal eins. Und dann haben wir noch ein paar 2K-Sticker. Sticker! Na, das klappt ja super. Okay. Also ich gehe gleich rum mit den Stickern, verteile die noch. Jetzt verabschieden wir erstmal mit einem großen Applaus uns Ingenieure, unsere Cosplayer. Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz toll gemacht. Sieht fantastisch aus. Viel Spaß noch auf der Gamescom 2014. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.